Hallo zusammen, hier ist eure Katrin Pützer. Ich möchte euch kurz eine Übersicht geben, was ihr bei dieser Frisur in meinem Online-Video lernen werdet. Zum einen lernt ihr, wie man richtig abteilt, um dann langanhaltende Wellen zu kreieren, was da zu Vorbereitungen letztendlich wichtig ist, dass die lange halten. Ein ganz wichtiger Punkt ist das Tupieren der Haare, dass auch schön Stand reinkommt. Die Luftigkeit wird ein Thema sein bei dem Frisuren-Online-Video, wie ihr dann auch letztendlich richtig die Bobbypins setzt, dass ihr nicht zu viel verbraucht, aber trotzdem stabilen Halt haben werdet. Das seht ihr jetzt hier schon im kleinen Ausschnitt. Dann ist mir auf jeden Fall wichtig, dass ihr am Schluss das Haar schön ausfrisiert, nochmal leicht fixiert mit ein bisschen Haarspray, um dann diese schöne halboffene Frisur hinzubekommen. Viel Spaß damit!